das ist iOS 7 und da kann man so und dann kann man hier die Taschenlampe anmachen und so und was ist denn das? Das ist Timer ah geil und da hat Taschenrechner und Kamera was ist Airdrop? Kann man über andere Geräte Musik abspielen ah wie geil und normalerweise müsste sich der Hintergrund bewegen aber der bewegt sich nicht, egal der bewegt sich nur in diesem Modus Ahn interessant und sie haben wir so ein Schichtshof er hat das Besucher und hier hat es die Mitteilung ist also vielen Dank